Und klappe die erste. Der digitale Briefumschlag. Das ist der Kalle. Der Kalle, der schreibt gerne. In diesem Fall schreibt er eine Postkarte. Und damit geht er zu der Frau am Schalter. Bei der Post. Da sitzt sie so da. Ist ein bisschen komisch, ein bisschen traurig. Dann gibt er hier die Postkarte. Und sie guckt sich die erst mal an. Und dann gibt sie die dem Briefträger. Hier ist der Briefträger. Der guckt die sich auch noch mal an. Und dann gibt er die der Sabine. Die Sabine hier unten hat dann die Postkarte. Das ist die Freundin von Kalle. Freut sich natürlich. Aber ein bisschen blöd, dass hier der Postbote und die Schalterbeamte drauf geguckt haben. Ja. Und hier der Postbote. Aber für diese ist es natürlich ganz gut. Aber das wollen die beiden nicht. Deswegen hat der Kalle eine Idee. Aber hier ist die Idee. Am Kopf hat er die. Und zwar schreibt er wieder was. Und diesmal tut er das aber in einen Briefumschlag. Schreibt keine Karte, sondern Brief. So, zack da rein. Und dann geht er wieder zur Post. Da ist die Schalterbeamte. Drückt ihr das Ding in die Hand. Der Briefträger freut sich auch schon, dass er was zu lesen kriegt. Sabine freut sich auch. Aber diesmal gehen die Schalterbeamte und der Postbote leer aus. Und die Sabine macht den Briefumschlag auf. Und liest. Und freut sich. So, jetzt haben wir 2010. Und der Kalle ist inzwischen moderner junger Mann mit Kopfhörern auf. Und er schreibt natürlich E-Mails. So, Problem bei E-Mails ist, die sind genau wieder wie die Postkarten. Das heißt, wir haben das altbekannte Problem. Nur diesmal war kein Briefträger. Sondern wir haben Internetprovider. Hier sind sie. Und da wollen wir natürlich eigentlich nicht, dass die unsere E-Mails lesen. Und die soll auch sonst keiner lesen. Sondern nur die Sabine. Für die die E-Mail bestimmt ist. Die der Kalle jetzt da gerade schreibt. Internetprovider soll die nicht lesen. Und weg damit. Also was der Kalle braucht, ist eine Idee. Da ist sie wieder. Und wie kann man das jetzt verhindern, dass die E-Mail wie eine Postkarte ist. Sondern sie soll ja eher sein wie ein Brief. Und wie man das macht im Internet, das macht man über Verschlüsselung. Ja. Da haben wir also auch schon den Schlüssel. Jeder hat einen. Und was gehört zum Schlüssel? Natürlich, klar, zu jedem Schlüssel gehört auch ein Schloss. So, die Sabine hat ein Schloss und der Kalle hat ein Schloss. So, und was die beiden jetzt machen ist, so, die Sabine hat ein rotes Schloss. Der Kalle hat ein lilas Schloss. Ja, und die Sabine gibt ihr Schloss dem Kalle offen. Das ist ein offenes Schloss. Und der Kalle gibt das offene Schloss der Sabine. So, jetzt hat der Kalle das Schloss von der Sabine und schreibt mal wieder was Schönes. Was macht er jetzt mit dem offenen Schloss, was die Sabine ihm gegeben hat? Der macht seine E-Mail damit zu. Und macht das Schloss dran. Und macht das Schloss dann, ja, das Schloss von der Sabine, rot. Das macht er dann auch zu. Zack. So. Und jetzt schickt er seine E-Mail auf den Weg. Und da sitzen wieder schon die Internetprovider und freuen sich, dass sie was zu lesen kriegen. Ja, zack. Aber ist mal wieder nicht so. Alte Situation. Zack. Zack, du kannst da gar nichts mit anfangen. So, du auch nicht. Zack. Weil man braucht dafür den Schlüssel und den hat nur die Sabine. Der ist nämlich rot für das Schloss. Und das ist der Schlüssel von der Sabine. Damit macht ihr die E-Mail auf. So, dann liest du die. Ah, freut sich. Ah, schön E-Mail. Und schreibt was Nettes zurück. Ja, nimmt da so ein ganzes Kram. Kann man wegnehmen. So, schreibt was Nettes zurück. Ja, danke. Schreibt so mit dem Herzchen drauf. Ganz nett. So, nimmt das Schloss vom Kalle. Schließt die E-Mail ab. So, Internetprovider wieder. Ah, ärgerlich, ärgerlich. So, und kommt bei Kalle an. Kalle nimmt den Schlüssel, macht auf. So, und sieht. Ah, guck mal hier. Schöne E-Mail von der Sabine. So einfach ist das. Wenn ihr es auch machen wollt, dann geht ihr ganz einfach mal hier schön auf diese Internetseite, wo man diese Schlüssel kriegt. Und das ist gnu.pg.org. Ja, da kriegt man also, könnt ihr euch so eure Schlüssel machen und eure Schlösser. Ganze ist natürlich kostenlos und wir wünschen euch viel Freude dabei. So, der ganze Film hier ist natürlich unter CC-Bei-Lizenz von Linken-Mucifer und Metronaut. So, und Kalle und Sabine sagen Tschau. So, ich habe schon. Untertitelung des ZDF, 2020